Hier präsentieren wir die 5 besten S0 Camine Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Calumelano NC 1642-944. Wenn Sie echtes Feuer gern genießen möchten, aber dabei haben Sie für einen klassischen Kamin nicht genug Platz, dann ist dieser kleine Calumelano Kamin für Sie sehr beachtenswert. Dieser erfordert keine Wandmontage und nimmt sehr wenig Platz in einem Wohnraum weg, da seine Massen nur 30 x 50 x 30 cm betragen. Sie brauchen außerdem keinen Schornstein und Abzug, denn der Kamin wird mit umweltfreundlichem Biosnol betrieben, das bei der Verbrennung keine Asche, keinen Qualm und keinen Ruß hinterlässt. Obwohl dieses Modell geringe Abmissungen besitzt, bietet es genauso schönes offenes Feuer wie auch platzraubende analoge Modelle. Da die Brennkammer des Kamins 800 ml Biosnol fasst, so kriegen Sie ca. 3 Stunden Feuerzauber. Nummer 4. Campo 24 Schwarz Wenn Sie einen kompakten S-Nolkamin für eine kleine Wohnung benötigen, ist es ratsam, solches Modell wie Campo 24 Schwarz zu beachten, das an eine freie Wand platziert werden kann. Die Abmissungen des Gerätekorpus betragen 65 x 40 cm, wodurch Sie diesen S-Nolkamin selbst in der kleinen Küche hängen können. Dank seiner Tiefe von 12 cm stört er gar nicht, selbst wenn Sie nah an ihm vorbeikommen. Dank des geringen Gewichts von Biodanolkamin K. 8 kg kann diese S-Nolkamin selbst an eine Wand gehängt werden, die aus Gipsplatten errichtet wurde. Trotz den geringen Abmissungen ist die Brennkammer des Kamins ziemlich geräumig, wodurch die Brenngeldose mit Fassungsvermögen von 0,35 Liter darin gut hineinpasst. Solche Dose sorgt für einstündigen Dauerbetrieb von S-Nolkamin. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Deckerinterieur Bove desichen Kamin Gbio S-Nol B-OK Amin Rivier Deluxe Weiß. Wenn Sie keine Lust sowie keine Möglichkeit haben, Ihre Zeit auf die Montage von Biodanolkamin zu verwenden, so wird es empfohlen, solchen Biodanolkamin wie Deckerinterieur Bove Revier zu beachten, denn er wird komplett montiert geliefert. Dieses Modell stellt sich eine einteilige Konstruktion aus Metall in halbovaler Form dar, die sich dicht an die Wand anstellen lässt. Dieser S-Nolkamin kann auch als Wandkamin eingesetzt werden und dabei können Sie die Höhe regulieren, auf der er hängen wird. Das ganze Metallteil des Korpus ist pulverbeschichtet, sodass die ganze Konstruktion gegen Korrosion sehr gut geschützt ist und der S-Nolkamin lange Lebensdauer hat. Nummer 2. Calumelano NC 1477-944 Dieser Calumelano Kamin mit zwei gläsernen Scheiben unterscheidet sich von den vergleichbaren Modellen durch sein modernes Gesicht. Die transparente Ausführung mit einer matten Brennkammer sorgt für eine attraktive Optik. Zwischen zwei gläsernen Scheiben züngelt eine echte Flamme, die das romantische Flair in einem herkömmlichen Raum am Nu schaffen kann. Und selbstverständlich genießen Sie die romantische Atmosphäre ohne Qualm und Asche, sodass Sie weder Schornstein, noch Abzug brauchen. Der Kamin wird mit umweltfreundlichem Biosnol betrieben und aus diesem Grund können Sie sich keine Sorgen über die Luftqualität machen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Kamin Baume 2 Madrid Premium Dieser Biotanol Kamin kann nicht nur als Heizgerät, sondern auch als Ablage für Ihre persönlichen Gegenstände dienen. Das ist dadurch möglich, dass es am oberen Teil des Gerätekorpus eine Ablage gibt, auf die die Vasen mit Blumen, Bilderrahmen, Erinnerangsstücke und selbst kleine Technik gestellt werden können. Was den Look von diesem Essen-Nolkamin angeht, hat es klassische recht eckige Bauform, dank ihr die Feuerstelle im Korpus etwas eingelassen ist. Es wird empfohlen, diesen Biotanol Kamin dicht an die Wand zu platzieren und es ist dabei nicht nötig, diesen Essen-Nolkamin an die Wand anzubringen, da er stabil auf seinen Standfüße steht. Darüber hinaus lässt sich der Standort von Essen-Nolkamin ohne Mühe wechseln. Das ist dadurch möglich, dass der Korpus aus Holz besteht und das gesamte Gewicht der Konstruktion beträgt nur 22 kg. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.